Klopfen Sie doch an! Wieso? Die Tür stand offen. Was wollen Sie, Michael? Das kann ich Ihnen sagen. Sie haben mich hängen lassen. Könnten Sie mir bitte auf die Sprünge helfen? Ich meine den Nachwuchs, den Sie planen. Ja, richtig. Und, sind Sie schwanger? Das wird nicht mehr lange dauern. Es ist nur eine Frage der Zeit. Auch ohne Eriks Zutun. Wenn es nicht von Ihrem Mann ist, wer ist dann der Glückliche? Sie haben also ein Verhältnis, Sheila. Eine Frau muss tun, was sie tun muss, Mike. Kenne ich den Mann? Sagen wir mal so. Ich habe einen tüchtigen Anwalt. Wie bitte? Sie schlafen mit Connor Davis? Wir haben eine Abmachung getroffen. Wollen Sie damit sagen, das kann doch nicht der Ernst sein? Doch. Ich bezahle ihn. In bar oder wie? Sobald die Sache erledigt ist, das ist nur eine geschäftliche Vereinbarung, eine Investition in meine Zukunft. Wenn ich einem Forrester das Leben schenke, bin ich für immer abgesichert. Selbst wenn es gar kein Forrester ist? Ach, das ist doch unwichtig. Sheila, ich bin enttäuscht. Wieso haben Sie mich nicht um Hilfe gebeten? Hilfe? Natürlich. Ich bin auf sowas spezialisiert. Ja, da bin ich ganz sicher. Und ich würde es außerdem ganz umsonst machen. Danke. Das ist nicht nötig. Ich meine es ernst. Sie wissen, was ich für Sie empfinde. Ich wollte Sie vom ersten Augenblick an, das wissen Sie doch genau. Kommen Sie schon, Schätzchen. Wollen Sie es nicht mal mit dem alten Mike versuchen? Ich werde Sie nicht enttäuschen. Bitte? Ich soll ein Kind von Ihnen bekommen? Ja, wieso nicht? Das ist vielleicht eine Frage. Hey, Sheila, ich weiß ganz genau, wie das geht. Oh ja? Aber ich will auch was für mein Geld bekommen. Ist das eine Beleidigung? Ach, kommen Sie, Mike. Seien Sie realistisch. Können Sie sich ein Kind, das Ihre Gene geerbt hat, vorstellen? Glauben Sie wirklich, das würde als Forrester-Erbe durchgehen? Ich habe viele Vorzüge. Es tut mir sehr leid. Ich weiß, das Angebot zu schätzen, glauben Sie mir, Michael. Aber es geht eben nicht. Naja, was soll's. Nur zu Ihrer Information. Ich bin mehr Mann als dieser Connor Davis. Sprecht ihr zufällig über mich? Hallo. Hallo. Ähm, Mike, wollten Sie noch irgendetwas sagen? Nein. Ich muss jetzt meine Runde machen. Ähm, könnten Sie die Tür bitte zumachen und abschließen, wenn Sie rausgehen? Connor und ich haben etwas Geschäftliches zu erledigen. Ich dachte schon, du schaffst es nicht. Ich verpasse nie eine Verabredung. Niemals? Naja, ganz bestimmt keine, die so delikat ist wie diese. Es wird nicht lange dauern. Wieso diese Eile? Ich habe Zeit bis zur Mittagspause. Connor, wir beide wissen doch genau, worum es mir geht. Du sollst mir ein Kind machen, sonst nichts. Das heißt doch nicht, dass wir es nicht genießen können, oder? Nur so lange, bis der Job erledigt ist. Ja, ja. Dann ist der Spaß vorbei, nicht wahr? Ich will nur, dass wir uns richtig verstehen. Aber ich muss sagen, mir gefällt, wie ernst du die Sache nimmst. Mhm. Und mir gefällt deine Entschlossenheit. Sollen wir? Oh ja, ich finde, wir sollten. Danke. Was? Sehr schön. Danke. ів